Da es in vielen Orten aufgrund von Corona nicht möglich ist, einen Laternenumzug an St. Martin zu machen, möchten wir dir heute zeigen, wie du dir ein Tischlicht für zu Hause basteln kannst. Dazu brauchst du folgende Materialien. Ein Glas, etwas Sand, ein Feuerzeug, ein Teelicht, einen Klebestift, einen Bleistiftspitzer, einen Bleistift, ein Lineal, Tonpapier, Butterbrotpapier, eine Schere, verschiedene Wachsmalstifte und ein Bügeleisen. Im ersten Schritt brauchen wir das Glas, einen Bleistift, ein Lineal und das Butterbrotpapier. Leg das Glas auf das Papier. Mit dem Lineal und dem Bleistift ziehst du eine Linie, sodass das Butterbrotpapier etwas größer ist als das Glas. Schneide nun an der Linie entlang. Als nächstes wickelst du das Papier locker um das Glas und schneidest das Butterbrotpapier so, dass es sich gut um das Glas wickeln lässt. Für den nächsten Schritt brauchen wir unser zugeschnittenes Butterbrotpapier und das Tonpapier. Mit dem Lineal messen wir, wie lang unser Butterbrotpapier ist und zeichnen diese Länge auf dem Tonpapier ein. Für die Breite zeichnen wir 3 cm ein. Anschließend machen wir einen Strich in der Mitte und schneiden das Ganze aus. So bekommen wir zwei Streifen. Als nächstes brauchen wir unser Butterbrotpapier, die Wachsmalstifte und den Spitzer. Nimm dir die Wachsmalstifte, die dir gut gefallen und spitze sie mit dem Spitzer. Das Wachs, das aus dem Spitzer kommt, kannst du auf dem Butterbrotpapier so verteilen, wie du es möchtest. Im nächsten Schritt brauchen wir ein weiteres Stück Butterbrotpapier und legen dieses auf unser zugeschnittenes Papier mit dem Wachs. Jetzt brauchen wir das Bügeleisen und bügeln auf Stufe 2 über das Butterbrotpapier, bis das Wachs schmilzt. Frage bei diesem Schritt am besten einen Erwachsenen, ob er dir dabei helfen kann. Nachdem das Wachs geschmolzen ist, kannst du das obere Butterbrotpapier entfernen und das Wachs etwas abkühlen lassen. Während das Wachs abkühlt, kannst du dein Glas mit etwas Sand füllen und das Teelicht hinzufügen. Nachdem das Wachs abgekühlt ist, brauchen wir unser Butterbrotpapier und die zwei Tonpapierstreifen sowie einen Klebestift. Drehe das Butterbrotpapier so, dass das Wachs nach unten zeigt und klebe nun die beiden Tonpapierstreifen oben und unten auf. Anschließend bestreichst du eine Seite mit Kleber und rollst das Butterbrotpapier so, dass du es zusammenkleben kannst. Jetzt kannst du die Kerze anzünden und dein Butterbrotpapier über das Glas stülpen und fertig ist das Tischlicht. Wir wünschen dir und deiner Familie einen schönen Martinstag.